Wir blenden jetzt für Sie die Telefonnummer ein, unter der Sie uns anrufen können, wenn Sie wissen, welches N wir heute als Lebkuchen aus dem Adventskalender geholt haben. Die Telefonnummer ist 0 2 2 1 2 5 7 5 7 1 2 und unsere Zuschauerin Gabi aus Barzalz-Stetford hat geschrieben, warum ist heute eigentlich keine Fozzi-Bär-Nummer drin? Wir hätten das gerne gespielt, aber Feuerstein, wer hat das Fozzi-Bär-Nummer? Ja, das Kostüm ist weg, das hat der Bundespräsident mitgenommen auf seine Tournee, ne? Ja, wir haben es ihm ausgeliehen für Neuseeland. Hallo, Weizsäcker! Weißt du ehrlich, was Kleines Bärchen auf Ungarisch heißt? Kleines Bärchen auf Ungarisch? Nein. Mitzimotzko, Mitzimotzko. Ist das süß? Mitzimotzko, ist das deine Hausmeisterin? Nee, das ist der Bundespräsident, Mitzimotzko. Mitzimotzko ist kleines Bärchen? Kleines Bärchen, Ungarisch. Was heißt große Bär auf Ungarisch? Maximozzo, oder wie? Nein, ich glaube, Richard von Weizsäcker. Jetzt müsste, glaube ich, gleich ein wahnsinniger Anruf hier kommen. Harald Schmidt, guten Abend. Hallo? Hallo? Wer ist da bitte? Oliver König. Hallo, woher? Aus Brünen. Das ist sehr schön. Aus Puhlingen? Brünen. Wie heißt der Ort? Brünen. Brünen. Wo ist das denn? Brünen. Bei Wesel. Ach, bei Wesel. Das ist ja eine schöne Gegend. Ja. Das ist ja fast schon Holland. Ja. Okay, wie heißt das N? Ähm, N. Toll! Hey! Wie alt bist du? 13. Entschuldige, ich habe es den Beifahrer nicht gehört. Wie alt bist du? 13. 13, das ist ein tolles Alter. Ja. Da hast du das Leben noch vor dir. Was willst du haben? T-Shirt, Tasse, Baseballmütze, Anstecker, Feuerzeug? Eine Tasse. Eine Tasse mit unserem Schmid dann einer Aufkleber, ja? Ja, und Aufkleber. Okay, gut. Ja, und dann wollte ich noch fragen, wie alt du bist. Mich fragen, wie alt ich bin? Ja. 36. Wer will das wissen? Hä? Wer will das wissen? Das heißt, wie bitte? Hey, ich wollte nur gucken, weil du schon so viele graue Haare hast. Ja, nee, ich meine, weil du noch so jung bist und schon so graue Haare. Haaaaa! Ha, 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 ha. Ciao, Oliver. Tschüss. Wenn das nicht aufhört, das hier... Ich habe zwar so gut wie keine Grauenheit. Hallo? Hallo? Meine Damen und Herren, wir liefern ja Witze für ganze Berufsbranchen. und auf vielseitige Anfrage haben wir diesmal den offiziellen Jägerwitz. Guck mal! Was war das? Ein Platzhirsch. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Nächste Sendung in 14 Tagen. Musik kommt dann von Tower of Power. Gesprächspass in der Sendung wird sein an Caroline Schiffer, die Schwester von Claudia Schiffer. Ganz herzlichen Dank an Herbert Grönemeyer und seine Band. Tourneestart am 9. Oktober geht's los mit der Tournee in Füsseln. Bis in 14 Tagen. Und Herbert Grönemeyer mit Band spielt jetzt nochmal den Titel, überhaupt mit dem er den Durchbruch geschafft hat. Und der passt durch miteinander wie kein zweiter Männer. Bis dann.